Okay, ihr lauft zuerst. Bei euch ist besonders wichtig, dass der Ablauf exakt funktioniert. Das Opening beginnt, wenn Tanja von Harnstein ihre Eröffnungsrede gehalten hat. Aber ihr geht nicht sofort los, wenn die Musik... Kann ich nicht kurz sprechen? Muss das jetzt sein? Ja. Wir machen später weiter, ja? Es wird ein paar Änderungen im Ablauf geben. Was? Ja, wir werden die Security verschärfen und auch die Eingangskontrolle. Das heißt, die Show wird später anfangen. Natürlich müssen die Journalisten noch die Möglichkeit haben, vor Redaktionsschluss ihre Kritiken zu schreiben. Das heißt, wir kürzen und straffen die Show. Tickst du noch ganz sauber? Diese ganzen Abläufe hier sind geprobt. Wenn wir jetzt irgendwas ändern, dann bricht hier alles zusammen. Mann, das ist meine erste Kollektion als Chefdesignerin. Ich hab... Das ist ein Gesamtkunstwerk, verstehst du? Ich hab mir hier wochenlang den Arsch aufgerissen, damit hier alles funktioniert. Ich hab eine Ewigkeit an dieser Choreografie gearbeitet. Das lass ich mir jetzt von dir nicht kaputt machen. Du schaffst das schon. Wir nehmen nur ein oder zwei Kleider aus der Show. Sag mal, bist du taub? Es wird hier gar nichts mehr geändert. Die Technik steht noch nicht. Die Models, die meckern rum, dass sie Kopfschmerzen haben, weil die alles nach Benzin stinkt. Was machst du da? Das ist Spiritus. Ja. Schau, ist natürlich... Okay. Es wird jetzt aber auch Zeit. Darüber habe ich gar nicht gekonnt. Was? Warum das denn? Das willst du gar nicht wissen. Jetzt bin ich ja da. Sorry. Okay. Tanja. Ja? Tanja, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit. Moment mal. Was? Man sagt, er hat bei der Staatsanwaltschaft spielen lassen und die anderen mal bei der Kripo nachgefragt. Wegen Clarissa. Der nur ist der Standes, sie ist außer Landes. Und zwar standesgemäß mit einem Limousin-Service Richtung Belgien. Doch, bitte. Das ist jetzt wirklich nicht euer Ernst. Ihr macht hier so einen Aufriss, weil ihr irgendwie vermutet, dass Clarissa was vorhaben könnte? Sag mal, was glaubst du, warum der ganze Catwalk stinkt wie eine gottverdammte Tankstelle? Ja, bitte. Ist doch wahr, diese dusselige Kuh macht mich wahnsinnig. Summer! Der Fahrer hat auf jeden Fall ausgesagt, dass er sie am Flughafen abgesetzt hat. Davon existiert wohl sogar ein Bild einer Überwachungskamera. Aber dann verliert sich ihre Spur. Also, wenn ihr mich fragt, ist das eine Inszenierung? Selbst wenn sie in Brüssel war. Wer sagt, dass sie sich nicht in den nächsten Zug nach Düsseldorf setzt? Sie will sich an mir recht. Ihr seid doch wirklich alle wahnsinnig. Ich habe echt Besseres zu tun. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu Brisant. Wir sind heute live aus Düsseldorf von dem Mode-Event des Jahres der Präsentation der Sommerkollektion Clarissa No. 1 von Linné-Clariss-Lahnstein. Und neben ihr steht die Frau, die für die Kollektion verantwortlich ist. Rebecca von Lahnstein, die Chefdesignerin von LCL. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Ihnen, Frau von Lahnstein, so kurz vor Ihrer großen Scholl Lampenfieber? Und wie? Das ist meine erste eigenverantwortliche Kollektion. Und ich denke, da ist es normal, dass man ein bisschen aufgeregt ist. Auf jeden Fall. Was erwartet uns denn heute? Die Kollektion ist so perfekt. Glückwünsche, Glückwünsche müssen sein. Danke, Jessica. Vielen Dank. Was erwartet uns denn heute? Ja, die Kollektion ist jung, frisch, aber vor allem sexy. Ich habe klassische Elemente mit Street-Style kombiniert und die habe ich daher vom klassischen Look unserer Mode angewiesen. Klingt so ein bisschen nach einem Experiment, kann das sein? Ja, ich finde, Mode soll überraschen und ja, soll Träume und Fantasien wecken. Und ich hoffe, dass Clarissa No. 1 unsere Kunden genau dazu inspiriert. Und Daumen drücken von mir. Vielen Dank, dass Sie noch so kurz vor der Show die Zeit für ein Interview hatten. Ich danke Ihnen und viel Spaß bei der Show. Sehr gerne. Kanja von Lahnstein betrifft jetzt den Catwalk. Das heißt, es geht in diesem Augenblick los. Viel Spaß. Dankeschön. Herzlich willkommen. Statt großer Worte soll heute die Mude für sich sprechen. Unsere Sommer-Kollektion ist eine Hommage an die Grande Dame von LCL, Clarissa von Anstetten. Sie kann heute aus gesundheitlichen Gründen eine Enttreibung sein, aber ich weiß, wie stolz sie auf diese Kollektion ist und deshalb trägt sie auch ihren Namen. Clarissa No. 1, The One and Only. Viel Spaß. Applaus 3, 8, 8, 8, lente, le Décor. Brosselet bleu métallique, clapotis mystérieux. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh ja, das ist sie. Ich weiß, dass du gleich alles zutraust, aber vielleicht hast du dir das das nochmal eingebildet. Ja, vermutlich war es nur eine leere Drogen. Was ist das? Woher kommt das? Das ist eine Pumpe. Scheiße, Alka, was sollen wir machen? Ich lasse jetzt hier das Gebäude räumen, sonst liegen und nicht ab. Kommst du es zu mich loslassen oder willst du einen Salon bringen? Nein, natürlich nicht und Clarissa will das auch nicht. Jetzt denk doch mal nach, diese Firma ist ihr Lebenswerk. Die Fummel da draußen tragen ihren Namen. Glaubst du, sie sprengt das in die Luft? Gut, da schlägst du vor. Abwarten. 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 Untertitelung. BR 2018